Komm, Aaron. Wir können Frieden in die Welt bringen. Alter, sie hat mich gepackt. Lass mich los. Aua. Okay, Moment. Kette, Kette, lass mich nicht im Stich. Ach, scheiße, sie hat mich im Stich gelassen. Alter. Okay. Oh Gott, hat die zwölf Meisterfleisch und ich muss sie alle runterbetteln? Das wäre voll mies. Oh Gott, gut, dass die Kamera sich dreht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zwölf Meisterfleisch besiegen muss gerade. Wegrollen, wegrollen, sonst packt ihr mich, oder? Weiß ich ungefähr, wie lange das geht, dann kann ich ein bisschen mehr Schaden machen. Aua. Ah, die explodieren, okay. Musst du jetzt? Na? Komm. Mach dein scheiß Fleisch. Ne, jetzt macht sie, glaube ich, wieder den Leuchte-Shit. Okay. Kann nicht angreifen, was bringt nichts. Das ist ein anderes Meisterfleisch, glaube ich, wenn das überhaupt Meisterfleisch ist, und man das als Meisterfleisch gelten lassen kann. Okay, daneben geschossen. Okay, bisher bist du ja noch ganz erträglich, wenn du nicht irgendwelchen kranken Scheiß rausholst. Und lass Elena gehen. Das ist voll krass, dass man ihr Gesicht da noch sieht und ihre Augen und boah. Okay, 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 Moment. Oh, ich weiß nicht, wann ich hier weg kann. Oh, ich kann da durchrollen. Schade. Die Musik so. Oh Gott. Ja, ja. Den Move habe ich durchschaut, meine Liebe. Damit kriegst du mich nicht mehr so leicht. Na? Komm mal raus mit deinem Fleisch. Oh, das ist kein Fleisch. Doch. Aua, das tut aber weh. Und beschädigt meine fucking Ausrüstung. Lass mich gehen. Das ist noch ein Fleisch, das sie benutzen kann. Gott. Ich mache jetzt lieber kleine Angriffe als Mega. Das ist der erste Bosskampf, den ich ohne Zeitdruck machen kann. Wo ich ohne Ende Zeit habe. Okay, das tat weh. So, bei ihr. Schneller ich das mache, umso mehr ist die Kette auch immer geladen. So. Okay, da muss ich warten, bis sie den wirft. Sonst habe ich... Scheiße. So. Da habe ich sogar die Zeit gut abgeschätzt. Ich bin stolz auf mich. Warum lacht sie? Sie lachen. Den Gegner, wenn Bosse lachen, ist das nie ein gutes Zeichen. Okay. Daneben. Lass mich treffen. Gib mir meine Medizin. Nein, das war dumm. Ach gut, sie hätte nicht das gemacht, was ich dachte. Aua. Müsst du mal zählen, so wie lange ich das ziehen kann. Boah, Leute. Ihr glaubt gar nicht, wie angespannt ich hier gerade bin. Okay, das ist wieder die... Ich werfe meine Klinge scheiße. Das tut verdammt weh. Jetzt scheint sie alles mal rausgeholt zu haben, was sie kann. Hoffe ich. Ja, das kannst du ruhig machen. Gut. Hat sie mich wenigstens nicht getroffen. Ich glaube, das ist auch die leichteste da mit den Steinen. Also, da macht sie ja nichts. Großartig. Wie ist das? Ja, das kannst du ruhig ganz oft machen. Das einzige, was mir passieren kann, ist, dass der Stein zwischen uns beide kommt und... ...mich trifft. Also, die Kette trifft. Oh. So, einmal dran vorbei. Und noch ein drittes Mal. Ah, daneben. Schade. Jetzt hast du die aber lange rausgerassen, die Kugel. Das ist die gute Kugel. Die Kugel, die dir am meisten Aua macht, die du auch gleich nicht mehr machst. Heißt, du machst den anderen Scheiß gleich mehr. Ist nicht so gut. Oder einen neuen Scheiß. Ich hoffe, der Kampf zieht sich nicht wirklich in die Länge mit 13 Kugeln oder so. Oder 12 Kugeln. Sind ja 12 Meister. Ich hoffe halt nicht, dass das wirklich 12 Kugeln sind. Jetzt lacht sie wieder so irre. Hör auf zu lachen. So. Ja, die gute Kugel. Die müsste jetzt aber auch weg sein. Ja, die kannst du gleich einmal noch machen und dann ist die weg. Die ist auch bald weg, weil die hat mich noch nicht richtig getroffen. Jetzt aber... Oder auch nicht. Äh, fuck. Ja, die gute Kugel. Oh, ich verkack es. Tschüss. Oh, jetzt rastet sie aus. Die, sie macht neue Sachen. Oh, sie hat wirklich 13 Kugeln. Äh, mehrere Kugeln. Scheiße. Die habe ich noch lange nicht freigeschaltet, alle. Sechs sind es. Sechs sind es. Okay, sechs Kugeln. Oh, das kann ja lustig werden. Was ist das jetzt? Ah! 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 Die ist ja mies. Die ist mies. Ja, die ist auch gut. Kann man auch ein bisschen ziehen. Vor allem hat sie die kaum benutzt. So. Gucken wir jetzt ziehen raus. Ah! Was lacht sie? Auf zu lachen! Ah! Ah! Hast du vor. Das hast du vor. Das sieht jetzt nach einer größeren Attacke aus. Ah! Sie hat sich voll gut positioniert, die doofe Kuh. Aber voll gut. Und wieder die Klinge? Ähm. Koyasa? Danke. Das ist ein bisschen Schaden gemacht. Auch zu lachen. Hallo. Hör doch auf. Ja, ja. Und jetzt. Ja, ja, ja. Und jetzt. Ja, das ist die Feuerball. Scheiße. Weg. 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 Oh Gott, die wird schwer zu machen. Ich meine, ich kann ja ausweichen, während ich die Kette ausgezogen, äh, raus geschossen habe. Aber trotzdem wird das kacke. Ja. Ja, mach die Klinge. Das ist mir jetzt gerade die Liebste. Auch wenn ich die nicht, äh, lange ziehen kann. Ach, du bist nicht anstrengend Frau oder so. Mein Gott. Ja, ja, ist okay. Aua, da hat es mich getroffen. Hätte ich ausweichen sollen. Ich dachte, es trifft mich nicht. Ja, die ist ganz gut. Komm. Oh, das war knapp. Weil die noch voll die weite Reichweite hat da, wenn man die weißen Striche da so sieht. Und sie oben. Warte, ich stelle mich hier hin. Obwohl, das geht in einem Kreis weg. Das ist nicht so geil. So, und noch einmal. Na, schade. Aber sie hat ein gutes Muster. Ist nicht zu anstrengend. Oh, das war fast verkackt. So langsam wird es ja. Leuchtet sie wieder. Das heißt, ihre anderen Dinger kommen jetzt raus, oder? Die Feuerdinger. Aua. Ich habe nicht getroffen. Ich glaube, bei denen ist es eigentlich am besten, wenn ich ziehe und immer wegrolle. Und am Ende dann die ganze Kraft der Kette raus ziehe. Ich glaube, ich am sinnvollsten. Obwohl, sie kriegt mich so nicht. Ich glaube, das hat ganz tolle weh getan. Auf zu lachen. Na komm. Mach was. Wenn man sich hinter ihr stellt, geht das ja weg. Oh, fuck. Kack Kugel nicht. Naja. Ein bisschen Schaden gemacht. So, und dann versuche ich jetzt mal zu ziehen. Weg rollen. Weg rollen. Weg rollen. Weg rollen. Und ziehen. Ah, fuck. Einmal hätte sie noch gezogen. Was zur Hölle habe ich jetzt die gesamte Energie abgezogen? Wie habe ich das denn gemacht? Alter. Ist das vielleicht am besten? Alter. Wie viel Energie habe ich hier denn gerade abgezogen? Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. So. Das mit dem Feuerball hat mir gerade gefallen. Weg hier. Alter. Nee, da hat es mich noch erwischt. Aber ich habe mich schon angemacht. Auf zu lachen. Bitte. So. Das machst du nicht nochmal. Jetzt rastet sie wieder aus. Okay, das tat ihr jetzt ganz doll weh. Also ich habe da irgendeine Kugel getroffen. Das war ganz gut. Sie leuchtet gerade so ein bisschen dunkel. Das gefällt mir nicht. Oh, was macht sie jetzt? Huch! Okay, was ist das? Ah, die Kette habe ich gerade. Also das... Oh Gott, das verfolgt mich. Nein! Ich kann nichts machen, wenn sie das macht. Ach, der existiert ja auch noch. Ja, fast. Schade. Einmal noch und dann ist das Ding auch Geschichte. Okay, das ist die Scheiß-Stein-Bimse. Die Bimse. Ich muss laufen dabei. Wie beim Feuerball. Wie beim Feuerball laufen. Immer laufen. peace auf戰-Tack. Aua, 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 aua. Also mach ich doch aus. Es tut doch weh. Ah. Mach die obere Kugeln aufz. Nein, lass mich da treffen und zieht. Alter. Guck mal, sie wird schwarz. Hier, mir mal abzieht. Hier eine Kette diensten. Irgendeine Stelle treffen. Aua! Ein, 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 ein Ding ist schon ganz kaputt. Ein Ding ist schon völlig kaputt. Weiß noch nicht, welches war. Alter. Lass mich dran, lass mich dran, lass mich dran. Aaron, steh auf. Steh auf! Jetzt rastet sie wieder aus. Okay. Ich seh nix. Ich hab nix mehr gesehen. Sie singt. Was ist das? Oh Gott. Alter! Alter! Was ist das denn? Alter! Oh, da... Was war das? Was soll ich das denn machen? Was war das denn? Ich hab glaube ich berechtigte Angst vor diesem Move. Nur, dass wir da lang laufen. Wird es Schaden gemacht? Ja, gut. Schaden gemacht. Hier! 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 Okay, wie soll ich den... Aua! Ist das mal gut jetzt? Boah! Was soll ich das denn machen? Ich glaub den Move muss ich... kaputt machen... wenn sie diese scheiß Kugel macht. Scheiße! Nein! Nein! Ich werde nicht zu dir kommen. Ich glaub, wenn sie das macht, kann ich das machen. Und dann seh ich den... Nein! Nein! Oh! Oh! Die bewegt sich da so ein bisschen. Lass mal auf zu singen. Mach den ruhig. Er ist mir grad lieber. So, das war gut. Mach nicht kam hier. Nein! Ich geh hier ganz an den Rand. Jetzt. Ja, so muss ich das machen. Oh, meine Hand verkrampft, weil ich die Fernbedienung so verkrampft halte, weil das total heftig ist hier. Weil ich mich übelst konzentrieren muss einfach. Übel ist das. Jaja, komm hier. Pass auf. Ich mach das jetzt wieder so. Ich geh aber näher dran. Nein! Gott! Ja, das wird nix. Ah, verdammt! Die Kette war voll. Kann ich den aber voll dodgen, weil... Also ziehen. So, den hab ich hier schon mal genommen. Jetzt kann ich die andere... Scheiß... Das ist die letzte? Ja. Ja. Aber... Jetzt macht sie nur noch das, das ist mein Problem. Okay. Aber ich weiß ja, wie es geht. Ich warte hier am Rand. Die ist schon ein bisschen näher dran. Ah, ein bisschen hab ich gesagt. Okay, das wird nix. Das wird wehtun. Sie hat aber nur ne bestimmte Reichweite. Aber wenn ich zu weit weg bin, hab ich zu wenig Zeit da mal dran zu ziehen. Boah. Da pruste ich ins Mikro. Ja, ja. Komm hier. Warte, lass mich weggehen! Alter! Dann schießt hier auch noch so einen Strahl raus, der mir übelst auf Fresse haut. Ich brauch ein Elixier. Das ist mein letzter Trank. Hoffen wir einfach, dass danach nix Schlimmes kommt. Was ist denn, wenn ich das benutze? Oh oh. Oh Gott! Ich glaub, das bringt nix bei einem Boss. Das ist ein Tantrum. Komm, mach. Komm hier. So. Ich darf nicht die Kette rausholen, bevor... Ich hab Angst, hier stehen zu bleiben. Nimm die Kette. Komm. Ziehen, 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 ziehen. Oh. Ah. Gut. Oh, jetzt macht sie das wieder. Was auch gut Aua macht. Okay. Ja, ja. Oh Gott, ist das anstrengend. Ist der beste Bosskampf, aber auch der anstrengendste. Jetzt. Okay. Langsam krieg ich da ein Zeitgefühl für. Jawoll. Das war gut. Gut. Dass man diese Strahlen auch so scheiße sieht, ne? Okay. Wurde nicht getroffen. Ich bin verdammt stolz auf mich. Einmal noch, come here. Und dann... Müsste... Entweder... Sie Geschichte sein. Oder dann kommt noch was richtig böses. Jetzt. Muss reichen. Komm jetzt nochmal. Ja, ja. Wie ist das? Ja, 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 ja. Jetzt können wir es dir. Ich kann das nicht. EIRON! Nein. 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 Elayna! 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 Five hundred years ago, Zeron sacrificed herself in order to build a peaceful world for the future, but Experiment Zero ended in failure. What? I don't know why, but I feel her fierce desire for you, burning deep down within me still. I must warn you that someday I am bound to do you harm. Aaron, farewell. Experiment Zero must end now. Elayna. I can't let you do this alone. Thank you for loving me. No matter what. If only... If only I could have done more. Aaron? Let us go. We will always be together. I can't imagine a world without you. You are everything to me, and I mean that. Aaron? With you beside me, the scar will surely heal. Aaron? With you beside me, the scar will surely heal. In the year five hundred and eleven of the unified era, the vast valley known as the scar ceased to disfigure Imperia. And with it, the curse that had infected the land vanished. The names of Aaron and Elayna were forgotten and lost to the past. But the tribe of the Vestra told future generations of two heroes who saved the world from an unimaginable fate. And yet, turmoil still prevails. Along the border of Elyria, disputes flare up without cease. There is still a long road to travel before mankind truly knows peace. That was. That was Pandora's Tower. And what a... trauriges und doch irgendwie schönes Ende. Ich fand's schön. Und möchte jetzt fast nicht in diese traurige Musik reinlabern. Aber ich muss mich noch bedanken für die Zuschauer, die dieses Projekt mitverfolgt haben. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in anderen Videos wieder. Bis dann. E 먹어's trumpet song. Chiffede Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK We said we'd... always be together, didn't we? ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK